Bitte. Proste. Was glaubst du wohl, wer du bist? Das vermisst ich. Ich stelle dir eine klare Frage. Was bildest du dir eigentlich ein, wer du bist du? Co si myslis, negrzä, dass du sie? Du hast einen Mann erschossen. Das war Mord. Du sie zabyl jedno chlapa. Vorsätzlicher Mord. To je vreszta. Du bist du in der Zeit, das ist rum hin. Ja, das habe ich auch zu sehen. Ja, das habe ich auch zu sehen. Tohle mi podepichest. Ja, das ist nur deineücksقت. Ich habe nicht gesagt, es zu lesen, sondern nur zu schreiben. Ja, ich habe nicht gesagt, dass du schießt bist du, jen nur mit dem répondre. Weißt du, was du mit dem Wisch machen kannst, ihn dir in den Arsch stecken? Und lass mich nochmal den Nummer abheben. Sonst macht dieser nigger dich fertig. Frag ich Sie. Was bilden Sie sich denn eigentlich ein, wer Sie sind? Co, Sie denken, dass Sie ...